Laufen für das vierte Rennen über 2200 Meter. Leonard an der Außenseite hatte gleich den besten Start vor Execution. Something Differs dahinter in dritter Position vor Wild Silver. Dann sehen wir Karachi, Venezianus und Ostinato am Ende des Feldes. So geht es unter dem Beifall des Krefelder Publikums gleich am Zielpfosten vorbei. Leonard bei doch ansprechender Fahrt führt vor Something Differs. Dahinter ist das Wild Silver, die Favoritin der Prüfung. Als aktuell drittes Pferd, begleitet an der Außenseite von Execution. Dann sehen wir die Schlenderhahner Farben von Karachi in aktuell drittletzter Position. Vorletztes Pferd ist an der Innenseite Venezianus und außen davon galoppiert Ostinato. So geht es in die Gegenseite hinein. Alexander weiß, der lässt es fliegen mit Leonard. Ob das gut gehen kann, werden wir feststellen in knapp 1300 Metern. Leonard führt also dahinter, ist es in zweiter Position. Something Differs, dann sehen wir Wild Silver vor Execution. Karachi, Venezianus an der Innenseite und Ostinato wird strikt auf Warten geritten am Ende des Feldes von Daniele Porku. Drei Viertel der Gegenseite sind bereits absolviert. Es geht in Richtung des Schlussbogens. Leonard an der Spitze marschiert weiter. Leonard vor Wild Silver, dahinter Something Differs. Dann sehen wir Execution, Karachi, dann ist es Ostinato und Venezianus nun am Ende des Feldes. So geht es durch den Bogen bereits hindurch. Leonard an der Spitze marschiert. Wild Silver liegt auf der Lauer, Execution an der Innenseite. Dahinter dann Karachi vor Something Differs und Ostinato, der macht Boden gut. Es geht in den Einlauf hinein. Wild Silver lässt sich schon anfassen von Andreas Helfenbein. Und Dennis Schürgen sucht die Lücke an der Innenseite mit Execution. Leonard marschiert vor Wild Silver. Weil die geht aktuell nicht wie eine heiße Favoritin. Dann Execution, Karachi, Ostinato. Vorne ist es Wild Silver. Execution greift an der Außenseite. Karachi ganz an der Außenseite. Ostinato, Wild Silver ist aber vorne. Ostinato kommt. Wild Silver, Ostinato an der Außenseite. Kommt mit jedem Schritt näher heran. Ostinato an der Außenseite. Ostinato mit Wild Silver. Ostinato geht besser. Ostinato, Ostinato gewinnt gegen Wild Silver. Und dahinter ist es Karachi. Und dann Leonard vor Execution. Ostinato, 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 Ost Untertitelung des ZDF, 2020